Was hast du denn dabei verloren, Atze? Du bist so unnieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mir zu. Kann ich nochmal miteinander reden? Was willst du reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Ich habe hier die Aussage eines Arbeitskollegen. Sie erinnern sich an das Dezernatfest? Neigt ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war es nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. Das lag in meinem Briefkasten. Das lag in meinem Briefkasten. Das ist kein Modell. Also nicht haben wir uns sehr, sehr tueinander. Musik Sie waren ganz schon.